Habt ihr früher gerne mit Lego gebaut? Jetzt spielen wir auf Lego TDC Toll, ne? Das war ne krasse Anmoderation Tom, du musst nichts sagen, ne? Weißt du, meine ganze Stimmung ist so richtig dem Bach runter dank René Lego, Alter Lego war viel cooler als Playmobil, oder? Ich find beides geil Also bei uns in der Grundschule und im Kindergarten die Mädels waren eher so Playmobil Leute, die Jungs waren eher so lege Ich war so ein reiches Einzelkind Ich hatte einfach beides Nur Pistole? Nur Pistole? Nur nur Pistole? Nur nur Pistole geil Ah, was machst du? René René Ich hab nur ne Pistole Also ne USP Was war das? Ich hab mich angeschossen Eines Tages gewinne ich so den Trader Und ich sag's euch Hallo? Hallo? Lecker ist jetzt hier leer Okay Okay Interessant Interessante Auffassung der Dinge, René So ich hab' ich mit Schottgang Geilmann Okay, krass, schott gar nicht weiter Okay, ich hab' ich auch Aber die machen keinen Schaden, Tom Achso, die sind doch Hey, ich hol' dich Ich lock' dich Ich lock' dich nach oben Okay Was sollte das jetzt werden? Ähm, Maxi Moin Jungs Wohseite? Fuck Ähm, okay, Maxi hat sich hier eine Grave Wir lock' dich nach oben mit anderen Wir lock' dich nach oben, okay? Oh Mann Deutschland, wir lock' dich nach oben Deutschland, wir lock' dich nach oben Für doch die Aufnahme Okay, Volo ist es, Volo ist es Nein, aber töte mich nicht, wir wollen die Kombi zeigen Hey, da hol' dich ab Achso, achso Komm her, komm her Ich glaub' der geht dir nicht hoch Komm her, du Kapitalist Komm her, du Kapitalist Kapitalist, komm mit Aua Tom Ich muss grad was schreiben Hi Tom lock' den Kapitalisten nach oben Ich will jemand den Kapitalisten sehen Ja Scheiß Kapitalist Aua Irgendwer, Chris Oh, Alter Der lacht ja richtig aus, Alter Scheiße Das ist mega, Chrissy Ey, Leinball und ich Wartet Ich will sehen Oh Mann Christian, wo müssen wir? Ich zeig' dir noch den Kapitalisten, bevor ich sterbe Hast du die Kapitalisten gesehen? Ja, ich hab' die die ganze Zeit aufgenommen Ja, ich sehe Der riecht gar nicht mehr, total Der riecht gar nicht mehr, total Der ist eine Turtle Die Headcrap put einfach zu Turtle, wow Ohne Witz, warum ist der Typ Warum ist René nicht gestorben? Wenn du schlecht bist Egal, das war ne super Ronde, Volo Du hattest bestimmt noch so minus 3 KP, oder? Vor allem Maxi stand halt auch noch so rum Und ich dachte mir, tödest du ihn jetzt Ja, ich weiß Ja, komm Das war ne tolle Ronde, oder? Dachte ich mir, nee, ich bin ja kein Asi Stimmt's, René? Ja, stimmt Ja Das ist eine Schildkröte, alter Megakawaii 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 Oh, ich bin Traitor Oh, ich bin Traitor Ey Volo, aber du weißt, dass einer von uns Traitor sein muss Und dann kann der Traitor bitte das hier unten aktivieren Einer von uns muss Traitor sein? Ja, der Traitor Das hast du sehr gut erkannt, Tom Oh, ich bin Traitor Ey, f*** dich Volo, du hast grad voll meine Biops blockiert Das musst du jetzt nochmal machen Hä, was? Wer hat das getriggert? Du hast grad voll meine Biops blockiert Meine Siege Biops, Alter Ach Siege Biops Oh, guck mal, wer dich da einholen Ach, Downy Ah Ah Wolltest du die Zombies? Aua Warum? Weil du Traitor bist Und der Zombie ist da Und ich war Detective Ich wollte dir in die Oberfläche bringen Ja, das können wir ja trotzdem noch machen Wieso ist hier wer tot? Ähm, okay Hallo Downy, ich bin hinter dir, ich bin nicht Traitor Ja, dann ist es, dann ist es Latino Ja, ist es Latino Ja, ist es Latino Licht ist aus Verpiss dich Boah, hast du mich grad erschrocken Da liegt Volo Da ist er Was hinter dir? Und der? Ich kann nicht sehen F F F F für Flashlight Junge, warum sind so viele Zombies? Was ist das denn? Ich hoffe, dass einer von den beiden stirbt Da war ein Zombie Oh Junge Du liebst euch Ich wusste gar nicht, dass du noch lebst Jaja, ich lebe aber nicht mehr mit viel Helf Oh, ich hätte mir ne Helfste Ja, ist egal Ich hätte mir ne Helfste Ich hätte mir ne Helfste Ich würde es kaufen sollen Ich mag jetzt noch missficken mich, das ist mega kritisch Kritische Situation Wo ist der hin? Uff Und das ist alles dunkel Rene lebst du noch? Ja, ich lebe noch Ok Ok Scheiße Der ist gerade in diesen Raum gegangen, wo nur Trading können Das heißt, er wird wahrscheinlich irgendwo oben rausgekommen sein Kritisch Kritisch Hä? 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 Ach warte Ich verstehe Ha! Ich hab's kapiert Ich hab's kapiert Ich bin halt zu intelligent für dich Hey Tom, das war eigentlich ne super runde bis auf das Downy dich gekillt hat Ja, ne ist mir egal, aber Traitor Wir hören jetzt auch mit dem Zombies, ist okay Tom? Ja warte, ich muss kurz re-connecten Ja, ich find's halt auch einmal ok, aber Wieso geht jetzt Tom? Warum ist Tom geläftet? Ich muss kurz re-connecten Achso Ja, ok, die eine Runde ohne Tom Falls er nicht schnell ist, dann die ist auch nicht Ich find's ja ganz gut, dass die Zombies mir den Skargebreitet haben Die Zombies sehen so komisch aus teilweise Ja Tom ist schon wieder da Ah super Die sehen alle gleich aus, nicht teilweise Halt doch einfach den Hohen Ah, ist das mit ne neuen Hut auf, Leute Ja Tom kann ich nix für nur, wenn du kein deutsch kam WELL LEUDE 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 Ich hab ne neuen Hut und lustig Toch aktuell Toch aktuell Leute, ich hab ne neuen Hut Leute, ich hab ne neuen Hut Toch aktuell Toch aktuell Toch aktuell Toch aktuell ist Traitor gut Toch aktuell ist Traitor gut Toch aktuell ist Traitor gut Ja, die ganze Wolle erschossen Toch aktuell ist Traitor Das sind Leute, der letzte Latino Ich hab ihn umbringen sollen Hallo Ich hab da auch nur umgebracht Als Latino siehst, der ist es Da hab ich mir schon fast gedacht Wahrscheinlich wieder mal zu älter rum Der ist eine deutliche Aufgabe Ne, zwei deutlich War schon krass Na, ich dachte eigentlich, er hat grad nicht hingeschaut Obwohl, er hätte ja die Leiche gesehen Ach Ich hatte eine Pizza und dann kommt Downy Eine Pizza Eine Pizza Und dann kommt der gefräßige Downy Ja Dann hatte ich keine Pizza mehr Ja Gefräßige Downy Ja Das stimmt Das ist halt wirklich Das ist halt wirklich Das wärst du Ja, genau Ja, René ist Downy der Nomenutten Ja Ja Passt Passt Das weiß Ohne Witz, warum gibt es die Juden Downy der Nomenutten Der Nomenutten Der Nomenutten Hab eines Hut, Leute Wieso hast du ihm den Hut weggeschossen? Top aktuell und lustig Wieso hast du ihm den Hut weggeschossen, René? Maxis Traitor Nein, 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 nein Das war fresh, äh, Dings Das war der Akkasten Was ist hier grad passiert? Achso, okay, das war, das war Christian Ja gut Ich dachte, ich dachte, ich dachte Das freshe Polacke Ja, der war meint Ah, ich werd aber trotzdem Tom, es ist, Tom, es ist Ähm Halt, ich für ein Gerücht Was war denn das für eine Runde? Das war eine gute Runde, Wollo Herr Wollo, hast du Helferlorn, Wollo? Ich hab nicht mal was im Traitor-Shop gekauft, Tom Wollo, hast du Helferlorn? Ich wollte eigentlich René töten Ja Nein, hab ich nicht Ich auch nicht Wir haben einfach keinen Helferlorn und keine Traitor-Waffe benutzt Also ich hatte eine Silent Fox, aber ich hab sie nicht benutzt Ich hab mir nicht mal einen Radar gekauft Ich auch Ich hab mir nur... Oder doch, warte, ich weiß es nicht Doch, ich hab mir einen Radar gekauft, aber sonst nichts Das war ne scheiß Runde Die hat mir nicht gefallen Die war gut Die hat mir schon gefallen Ne, Tom Ah, Tom, wie war das gut? Runde war schon ganz geil Ja, schon richtig, ja Weiß, wer weiß, ich seh so, Tom schieß grad so Oh, Tom ist Traitor, ich könnte ihn ja jetzt anschießen Ne Ne Nicht anders Ok Cool Gesnippt wird net Getreut wird net Gesnippt, man Gesnippt, gesnippt wird net, man Ne, bitte über Wer snippt, fliegt Ok, Donnie Was? Was hast du hier denn schon gesagt? Ne, du kamst grad so aggressiv auf mich zugelaufen mit deiner guten Shotgun da Wenn die Rolle so zwei Aggressiv Du bist auch so aggressiv Ich verfolg dich jetzt Alle aggressiv Tom, hast du eine Pizza? Warum hast du keine Pizza? Wollast Trattore Trattore vor allem Dete Detektive Ok, René 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 will mir Entschuldigung Warte Warte Christian ist auf K Sniper Ah Was zum Teufel Achso, Maxi Hä? Wer hat Tom Dings da Donnie getötet hat? Das ist doch Maxi, oder nicht? Ich hab's gesehen, Tom Christian ist schon tot, ne? Also fresh, Polak, der Tom Der liegt dort hinten Ah Maxi ist grad unten bei den Tommys, ich hör die Maxi bist du irgendwie behindert? Wollt dass sie mich töten? Tötet mich, danke Geil Mann Hey, die fliegt auf beide, ne? Und nur einer stirbt, das ist so lächerlich Weiß nicht, warst du überrascht? Ja, mein Traitor-Kling ist tot Ok, blöb Ok, ich bin jetzt wieder da Komm WB existier Geil Zwei waren tot und zwei haben noch gelebt Die hättest du packen können Achso, Tom ist afkar Also auf jeden Fall, das war ein Krieg, ja Das ist so eine Rifle, die kann man auch im Nachhinein machen Er hat dann eh nur noch zwei Runden, also Ehrlich zu sein, hab ich auch den Traitor umgesucht, hab ich nicht gefunden Bitte Ich hab grad, hab ich grad Tom ins Auto reingepackt BDU Egal, ich hab nur ein Luger Ich will nicht die Lokomotive, da I morg die Map net I morg's auch nie Ich mag dich auch nicht, René Aber I morg die Ich mag Dena fahren I morg Dena fahren, ja Sorry Nach deiner Meinung hat jetzt auch gar keiner gefragt Ganz ehrlich, Stony Leute, folgt alle Dena fahren auf Twitter, ja Weiß was versucht Ich hab Spaß auf Englisch, ja Die Töte, wer mich tötet, ist tot Nee, bist du nicht Doch, bin ich Die Aussage war gut, ne Hast du eins Beweis? Ja, ich hab mich tötet, der ist tot Wenn ich nicht Ich schickste nicht und glaub dir, dass du Dena bist Ich buchstabiere die Tecate rückwärts Nein, III, I, C, E, T, E, D Das war falsch, tötet ihn Stell dir ein Spiel auf Portugiesisch und buchstabierst dann und erst Ich gehe auf die andere, gehe zur Seite. Okay. René, geh zu den Zombies. Okay. Okay, René ist es. Nein, bin ich nicht, ich will nur... Identifizier, identifizier. Halt. Nein! Oh, wie ich das verkackt habe! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Immer wenn ich wen identifizieren will, sterbe ich. Das ist so kacke. Wer kennt das nicht? Man denkt so, jetzt chockt der eine, aber doch. Dann verschießt er das ganze AK, die ganze AK-Moni und gewinnt trotzdem. Boah, Tom. Na, ja. Egal, ich konnte René noch mit dem Schuss mit, oder nicht? Nur noch ein Runder. Yolo, ey. Escht, Yolo, ey. Ne, Maxi. Was soll ich mich eigentlich schreiben? Ohne Spaß, wir sind alle so Cancer. Ja, aber du wirst ja meistens so Cancer. Ah, Cancer, Cancer, Cancer. Kennt ihr Mischa nicht, dann hört auf mit zu leben, ja. Cancer, ja. Mischa. Zelenosti, ja. Mein Lieblings YouTuber, to be honest. Alter, Mischa ist einfach der größte Ehrenmann. Ja, Mann. When I wake up. Ja, Mann. Ne, meiner ist nicht. I'm grabbing my phone. I wanna kill myself all. I wanna kill myself. I wanna all day long. 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 Verschwinde. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. Habe ich die Verdächtigung aufstellen, dass es René ist? Warum bin es ich? Runter. Du bist gerade so straight an mir vorbeigelaufen. Aber es ist noch kurz. Dass ich kein Trainer bin. Das gibt es aber nicht im Kommunismus. Privat. Eigen. Turm. Eigen. Ohne Spaß. Ohne Spaß, alter. Nee. Für den hast du eng Kredit erschaffen zu werden. Nein. Nein. Ähm. Was macht ihr da? Wollo, wollo, wollo. Wollo, wollo, wollo. Den Nutzen. Ich hab, ich wollte es ab. Ich hab seinen Van Launch aber das leer. Belasten. Lass mich in ein bisschen kacke. Wir wollen... We're gonna wake up. Ey. Warte, 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 warte. Wer hat Vollo erschossen? Ich. Ich war das. Okay, Downy ist mit Zeit zu sterben. Schieß mich nicht an. Oh, sorry. Ja. Hat wohl nicht so ganz geklappt, wie ihr wolltet, ne? When I wake up. I'm grabbing my phone. I wanna catch them off. Wieso funktioniert das Radar auf dieser Map nicht? Das belastet mich grad ein bisschen. Da schießt irgendwer. Ah, ich weiß wo er ist. Sehr schön. Oh nein. Jaaa. Kann man die nicht kaputt machen? Ich hasse mein Leben. Nein! Das war's auf jeden Fall für diesen Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum Anschauen.